Willkommen zurück bei der nächsten Episode mit mir am Drücker bei Metal Gear Solid Peace Walker und Sadornov immer noch aktuell, leider, was natürlich voraussetzt, dass wir nun wieder Nebenmissionen spielen müssen, um Sadornov nochmal zu suchen. Absolut richtig. Hast du versucht zu verstecken oder was? Genau, wir haben jetzt dreimal Sadornov gesucht und gefunden. Mach's schon. Schieß. Ich würde einfach sagen, wir gehen ins Spiel 3, 2, 1, jetzt. Absolut. Sind wir gespannt, sind wir gepaart mit Spannung und Action. Und nicht aufzuhaltende Erregung. Ich hab vor, diese Episode ganz viel zu schaffen. Ich auch. Da willst du ja jetzt nicht ernsthaft was rausnehmen, um danach ein Schwein zu machen. Ich merke, du durchschaust mich. Ah, ich merke, das wird... Guck. 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 Aber die Forscher, rauszuholen. Oh mein Gott, vielleicht... Ah, ja, aber vielleicht, vielleicht einfach, einer wieder mit diesem... reneinchen, ne? Bin ich mal hier, den. Guck. Good job. wie groß ist das gebiet ein bisschen nervig weil es ist aber mich nervt das jetzt schon wieder dass das nur noch so kommissionen ich weiß ja nicht wo es vielleicht ist er auch am ende ist ja nicht so drüber vor allem ich habe das letzte mal auch so eine mission gemacht wenn du dich erinnerst und da wurde mir pro gefangenen der abstand wurde in 30 Sekunden strafe gegeben ja aber das ist ja nicht dasselbe wir hatten ja schon ganz viel gefiltert und sein setzte nur da denn das ist jetzt wieder normaler forscher weil und keiner mit verkleidung fast schwach sind warum er das mitmacht aber wenn du gezwungen wenn du nur bananen kopie halten kriegst ja was müssen du dann machen das essen was ja selbstverständlich ist nach heutigen bananen forschungsstellen schön 60 Sekunden jetzt geht drauf siehst du zwar überhaupt niemand der mich gesehen hat alles easy keine verstärkung rufen konnte dieser voll idiot das nur noch 10 Minuten Zeit wenn ihr am Ende die Minute fehlt ja alles nicht Alter sei nicht so überheblich bin ich ich hoffe das bricht dir irgendwann mal das Genick das wird es nicht das wird es nicht du Kfitala Roma Encantano Eingang das ist eine Beleidigung Encantano nicht gesagt ja schießen Baumann vielleicht schlägt der ein das tut einer Bäume leben der zieler 6 ohne Stamm n 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 lass mich reden wie es passiert nicht mehr als spielen kann ich doch nicht naja dann spiel ordentlich mach ich doch ach guck dich mal an hopps von jeder ecke zu anderen danke schlange immer der im tor immer jedes mal langweilig treff 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 sicherheit Vorsicht da war es hinter dir da Stapel Holz ich finde es sei sehr gut aber nicht sehr gut was denn es ist nicht sehr gut von dir gucke nichts ist hier alles ist hier war vielleicht lag er zwischen diesen Fulton Recovering Helicopter ist kaputt da ist was WETS mal 8 guck mal easy peasy es ist nicht easy peasy ich bin einfach im nächsten gebiet naja willst du mir irgendwas sagen? ja du bist fast am Ziel hier kann stolz auf dich sein weißt du überhaupt nicht ob der hier liegt oder? nö ach guck mal da liegt er wohin du hast recht musst du wirklich einfach hab ich noch so viel Folgen dass ich die mitnehmen kann ok richtig gut oder? ok wuhuuu ich denke ach komm jetzt hör auf aah komm das muss ich nicht alles machen du willst du das wissen? woher willst du das wissen? na war das nicht bei der letzten mission auch so? die mal den typen haben ja das mag sein aber woher willst du denn wissen dass es nicht dahinten ist? na wo willst du denn wissen dass es da ist? die 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 hm Siehste? Wo ist er denn? Keine Ahnung Du hast auch nicht recht Das oder? Easy Jaja auf einmal ne? Das ging zum Beispiel gestoppt Gott sei dank Piece of cake right? Piece of cake Ja ja ein Stück Kuchen Sag mal ich mach das gut Ich hab zu oft zu meckern Sag mal ich mach das gut Du machst das gut Wie lange hast du das? 5 Minuten? 10 Minuten? Eine Stunde Schade Du nackte Schlange hast du gekriegt Nackte Schlange Ich eigentlich auch nicht Ich weiß nicht warum du mitmachst Du Mutterbasis Warum heißt das eigentlich Mother Base? Und nicht Father Base? Oder Brother Base? Nee warum heißt das eigentlich? Warum heißt das nicht einfach Hauptstation? Sister Base Ist die Mutter so das Symbol des Heil... äh des... Wollen wir aufhören uns über unsere Station zu unterhalten? Nein weil über irgendwas müssen wir uns unterhalten Team Alpha ist zurückgekehrt Oh mein Gott einer ist tot Alter Alter alle haben es geschafft Ist das nicht der Ernst für oft? 97% schafft er Alter mach ich das nicht Nein Alter warte doch einfach ne Runde Kann man nicht anders machen? Nein Du musst ja über eine Runde aushalten können Ohne was zu machen Ich denke wir schaffen das auch so aber... Bitte Soll ich machen? Ich halte mich am Fluss nicht Mach's aber... ne... so gut Möchtest du jetzt jeden angucken? Nein, ist ja gut. Das ist ja teilweise recht. Das reicht. Manchmal sind die Vorteile halt auch richtig gut. Darum gehts mehr. Mhm. Glaub ich dir auch. Intel? Also Tom Cruise? Mhm. Nee, geht's mal an. Pile 2. Nein. Zwar zwei. Jetzt hast du ihn wieder da angemacht. Woher Feuer war. Sehr gut. Echt? Ja, jetzt wirklich. Komm. Sehr gut. Überleg ein neues, ich hab Arno. Okay. Jeder kann von sich halten, was er denken hat. Das ist ein Dorn-Off. Vielleicht ist er ja nach Kapitel 5 einrichtig. Mhm, das stimmt. Nee, das reicht. Woher willst du denn das wissen? Ich weiß gar nichts. Let me mutmaßen. Das ist kein Wort. Also kein Englisches. Ja, vielleicht ist es auch ein deutsches Wort. Die anderen waren einfach nicht deutsch. Okay. LKW-Zerstörung. Sprengen sie alle LKW auf dem Los Santos hin... Das muss das sein. Los Cantos in Volk an Irasul, damit die Fahrt nicht dürfen. Wenn sie ja auch nur einen LKW drauf lassen, ist der einsatz gesprengt. Sprengen sie ist alles sachen, die wir noch so noch nicht hatten, aber ich will jetzt nicht nicht. Das ist eine hohe Risiko-Mission. Du wirst etwas körperliche Opposition treffen. Aber es ist nichts, was du nicht behalten kannst. Glaubst in dir selbst. Host! Echt? Ja klar! Ich spiel Tyler. Kriegst du auch was so? Ich spiel Tyler. Yeah! Combat! Combat! Es passt genauso wie es ist. Ja. 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 Ist wie du denkst. Hm. Ja, aber da muss man so ein bisschen wieder warten. So könnte ich jetzt einfach anfangen. Naja, das ist doch klar, dass du warten musst, oder? Naja, ich meinte... Ja, 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 ja. Ich sagte ab der Vorstellung, wir könnten ja auch mal eine als Host machen, aber das passt ja nicht. Äh, eine suchen. Wo andere musst du es. Ja. Ja. Mach. Aber, in welcher Mission sind wir dann jetzt? Na, wenn die Pupa Mission auftaucht, ansonsten mach ich mich wieder als Host. Achso. Du wirst ja sehen, welche Missionen gerade online sind. Mhm. Wir sind dann halt einfach so ein Nebenspieler. Ja, ja, ist mir klar. Hey, jetzt spielt keiner, oder was? In Japan. Ja, wir haben's... Okay, äh, wir haben's jetzt, kann man mal sagen, dreiviertel neun Abend. Das heißt? In Japan sind's ja sechs Stunden vor. Ähm... Sechs Stunden... Sind... Zehn. Ölf. Zwölf. Eins, zwei, drei. Ist dreiviertel drei Nacht. Kampf gegen den Peace Walker Spezial und suchen sie den Ausweis. Naja, ist beides nicht so, ne? Schade. Na, du kannst dich ja noch mal ins Haus machen, vielleicht ist ja das Interessanter für die... Dreiviertel drei... Nimm's nicht denn bei Suchen sie den Ausweis Hilfe. Loser. Ne, vielleicht spielt er aber alles, äh... Haus... Gibt's doch eine Trophäe? Nö, denke ich nicht. Das ist doch möglich, ne? 30. Ja. Dass, äh, 3-4-3 nachts in Japan nicht mehr so viele Metal Gear spielen. Das ist okay. Ja. 30. Was ist 30? Ich zähle. Bist du 30 Jahre alt, Markus? 30. Reicht das ja? Oh! In Finne? Ne. Ne. Was ist das? Nicht wie er heißt, was das für ein Land ist. Warum schon? Warte doch noch wenigstens. Komm, komm. Warte mal. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3. Jetzt hackst du Angst, ne? Du hackst Angst. Das soll doch mal aus. Du hackst Angst mit den Fingern. Jetzt sag mir, was das für ein Land ist. Das ist, Gottverdammt noch mal... Günderland. Gründerland. Nja. 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 Oder Uriine. Oder, oder... Nja. 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 Nja.